Mein Name ist Axel Peiter, ich bin Unternehmer in der zweiten Generation. Ich leite ein Speditionsunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern. Wir fühlen uns wie eine Familie, das macht auch unser Unternehmen aus. Wir sind mit unseren Trucks europaweit unterwegs, im sogenannten Objektgeschäft. Wir kommen sehr, sehr gut mit der Firma Pfeiffert voran, weil wir damit einen sehr zuverlässigen Partner haben, der unsere hochwertigen Bauelemente zeitgerecht, termingerecht zu den Kunden unversehrt bringt. Und das schafft die Firma Pfeiffert mit einem sehr hohen Erfolg. Ich bin im Jahre 2007 in dieses Unternehmen eingestiegen als Kraftfahrer und begebe mich jetzt in das 14. Jahr. Jahr. Das Faszinierende an diesem Beruf ist einfach die Freiheit auf der Straße, der Umgang mit den Menschen und auch an Orte zu fahren, wo andere Urlaub machen. Was macht das Unternehmen Pfeiffer aus? Es ist die Professionalität. Es ist die Partnerschaft. Und es ist die Perfektion, die uns technisch antreibt. Zusamm congressional werden heute zu tun. Und danke wirklich.